Nur ein Prozent der Menschheit können dieses Rätsel lösen. Um beim Rätsel mitzumachen, lass jetzt einen Daumen nach oben da. Und wir haben jetzt vier verschiedene Gruppen von Lego-Minifiguren. Wir haben eine Minifigur, wir haben zwei, drei und vier Minifiguren. Und wir wollen jetzt die Reihenfolge ändern und zwar genau andersherum. Wir wollen eins rechts, zwei, drei und vier. Aber hier kommt der Haken an der Sache. Ihr dürft nur eine einzige Figur bewegen, um dieses Rätsel zu lösen. Welche Figur muss dafür bewegt werden?